Moin Leute, Trimax hier. Endlich zocken wir jetzt mal zusammen mit Micky. Haben wir schon ewig geplant. 0 Punkte Trio Arena mit Micky und Hanky. Wir wollen die 2000 Punkte schaffen. Wir hatten ja schon mal Projekte angefangen. Am Anfang ist es noch sehr chillig, dann wird es aber sehr schnell sehr schwierig und dann kommt so ein richtig verschwitztes Late Game, was aber auch bocken kann. Wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und denkt an den Crater Code Trimax. Alle zwei Wochen kann man den eintragen. Und ich wünsche euch dann ganz viel Spaß mit den Highlights. Der hat schon ziemlich lässig. Wir sind echt ein krasses Trio. Hit? Nee, der hat es nicht. Nee. Klar. Der hat es nicht. Oh, ich habe mich auch gehittet. Digga, Micky, das war strong von uns. Boah. Der ist da, der ist da, Max. Hab ihn. Schauber. Unter seiner Platte durch. Also der hat gar keinen Bock mehr. Der hat einen Hit, 91er. Oha, wieder Hit, wieder Hit. Hit, hab ihn, hab ihn. Hit, Spaß und Spaß. Heki, was machst du da? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe ihn nicht getroffen mit dem Sturmgewehr. Hit. Hab ihn, Headshot. Es macht so Spaß, ne? Es bockt einfach wieder, ne? Es ist so ein bisschen wie im Jahr 2017. Es ist so ein bisschen wie im Jahr 2017. Ich greif voll an. Der hat einen 120er bekommen. Hab ihn. Alter, der hat die Goldene. 100er Hit da hinten. Noch einmal Hit. Da ist da und einer nur noch. Letzter da, wo ich gepinkt hab. Snipen, snipen, Jungs. Snipen, 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 snipen. Er ist nur am Jumpen hier, oder was? Gerne auch No-Scope probieren. Ach, schön. Nice, nice. War der schön? Stark, wie wär war das? Sauber. Ey, wir haben einfach gewonnen. GG. Wie krass ist das? Einfach ein Win. Direkt erst rum, wie viele Punkte haben wir? Trio-Arena ist das wieder super? Also das, wie wir gesnipet haben und der Double-Snipe von mir am Ende. Das ist schon lecker gewesen, auf jeden Fall. Tot. Tot. Instant tot. Also diese Drecksauflade-Shotgun, die ist ja so schlecht. Ich dachte echt, ich one-pump ihn. Das war ein 38er-Held. Na, down für die Idioten. Einer landet auf dir, einer landet auf dir. Achtung, ein Hit über dir, über dir ist die Rauke, genau in dir drin. Der hat einen Hit, der hat noch Blue. Bei mir einer, der ist low, Max. Oh fuck, bei Hanky ist einer. Er hat 10 AP. Er hat 10 AP bei mir. Hä, ist ein totgesprung. Ja, der Grappler will den so gern. Habe ihn, Headshot. Ne. Doch, klar. Grappler, Max. Gib ihn mir. 100er Hit. Die vom Berg greifen uns übel an. Das bockt nicht. Ja, Hanky, sie sind da. Das war's. Quatsch. Das war's. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Hilfe, schnell. Jetzt ganz schnell. Jetzt die ganz schnellste Hilfe aller Zeiten. 150er. Ja. Alter, war sie dann. Tot. Hab ein. Er scannt. Hanky, last and standing. Keine Ammo. Einfach keine Ammo. Das kann ja gar nicht sein. Wir haben noch so viele Kills. Krase. Schön. Wenn du das packt. Halt's den Maul. Er ist hier außen. Wenn du den Kills hast, du 50 plus. Denk dran. Versuch ihn zu finishen. Nein, um die Ecke, Digga. Oh, das wäre so heftig gewesen. Ich hab einfach die Leiche nicht gefunden, wo der Typ war. Ja, schade. Dritter, aber waren gut Punkte. Also, nur mal ganz kurz, was da los war. Es war, wir waren unten. Ihr seid oben vom Berg weggegangen. Dann habt ihr die ganze Zeit Hilfe geschrieben. Und drei Leute, drei Teams, standen auf drei unterschiedlichen Bergen und haben uns die ganze Zeit befeuert. Deswegen war es so viel Stress. Wir hatten einfach auf allen Bergen. Ja. Ja. Let's fucking go. Geh neben mir, geh neben mir. Oh. Guter Call. Da geht alles rein. Der ist ein Shotgun. Für den. Sauber. Also, wir haben das. Also, das ist voll krass. Was geht denn, Mann? Was geht denn, Mann? Was, äh, also. Das macht ja so einen Spaß. Oh, das war ein geiler Kirstiel. Alles sauf. Müssen wir jetzt zusammenbleiben, finde ich. Bin ich auch. Das war jetzt richtig. 80 Meter auseinander. 80 Meter müssen du rüberschwimmen. Wir haben jetzt auch gepusht. Dann können wir nicht schwimmen. Keine Chance. Null Chance. Null Chance. Null Chance. Null Chance. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ey, ich fass es nicht. Ich hab so gut gespielt. Ey, so gut. Hab einen Hit. Hab einen Hit. Hanky, Hanky. Ich brauch dich. Nein. Nein. Hilfe, Max. Schieß ihn doch an. Ich habe nur... Ich hab halt nur die Kacke. Guckt euch diese Raffen mal an. Hab ihn. Sauber, sauber. Schön. Mini, Biggies. Alles liegt da. Blau attack. Achtung. Schön. Achtung, Nails. Oh, oh, oh. Hol ihn dir, hol ihn dir. Nice. Komm. Nice. Keine Mets, Mann. Wieder Granaten. Wieder Granaten. Granaten. Medi-Kett. Alles rein. Achtung, Achtung. Obacht. Schön, Hanky. Hilfe. Banan auch von da. Nachladen. Pump nachladen. Wichtig. Schön. Ich hab zu finishen, Hank. Schön. Hab sie. Hab sie. Beide. Hab ein. Habt ihr etwa alles? Ich nicht. Ich bin gut wie tot. Bei mir noch was. Ja, jo, bei mir. Wieso ist er so krass? Warum? Warum? Warum soll... Warte mal, was ist hier los? Warum seid ihr jetzt alle down? Nichts mehr. Also ich wurde schon tot, das Glück. Er hat ein Fenster rein editiert, das hab ich nicht berechnet. Nein, er hat mich einfach so krass auseinandergenommen. Das ist nicht mehr normal. Das ist so krass. Also wenn wir die Runde gewinnen, kriegt er jedes 10 Subgifts von mir. Waaat? Okay, Ruhe. Hinter uns tot, der eine. Schön, Laser, Max. Ich hab einen. Da hinten sind zwei. Einer hat einen Swipe drin. Ich hab mehr Shotguns kassiert. Holy shit, what the fuck? Biggi wäre krass, Max, wenn du einen droppst. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Die sind da. Hab einen down. Da vorne ist einer down. Da vorne ist einer down. Der Biggi. Bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist down. Biggi liegt. Hinter uns ist noch ein Team. Hinter uns ist ein Team. Wo? Einer ist white, einer ist über white. Einer von denen hat 1 HP, hab ihn nockt. Ich muss kurz Schild nehmen. Hab einen down. Er springt. Nice, 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 nice. Einer ist white hier unten. Ihr habt ihn richtig auseinandergenommen. Okay, jetzt wird's tricky. 36 blue. Der hat 36 white. White. Einer hat 3 Heldritz. Einer hat 100 Damage kassiert. Die sind alle low. Hab einen nockt. Sauber. Weiter Zone. Links von uns. Bin tot. Schafft ihr aber, der ist low. Sauber. Hier ist noch einer. Ich ping ihn, ping ihn. Er ist immer noch hier. Er kommt. Ja, easy. Schafft ihr, schafft ihr, schafft ihr, schafft ihr, schafft ihr. Er kommt jetzt rein. Er kommt jetzt rein. Das ist es, holy shit. 25 Kills? Was? Ich fasse es nicht. Wie zur Hölle, Hanky. 10 Zapgifts. 1260 Punkte. Ihr müsst jetzt erstmal, also Hanky, erstmal, Hanky, warum hast du 15 Kills? Ja, aber auf Ansage habe ich gesagt, das wird der Win. Und 40 Kills haben wir in der Zecky. 3.500 Schaden. 3.500 Schaden. 3.500 Schaden. Micky, Damage und Kills. Warte mal, Schaden an Spielern, 1.800. 4 Kills, 7 Assists. Alter, crazy, man. Ich habe 1.500 Damage, 3 Kills, 10 Assists. Schaden an Spielern, 3.500 Damage. Ich habe mehr als vier beide zusammen, Jungs. Holy shit, man.